Ja, also ich sag's nochmal drastisch, aus meiner Sicht sind wir noch mehr, als wir eine frauenfeindliche Gesellschaft sind, eine kinderfeindliche Gesellschaft. Das kommt noch davor. Und viel von dem, was man auch heute unter frauenfeindlich versteht, ist eigentlich eine Übertragung, weil wir das immer noch so organisieren, dass Kinder großziehen großteils Frauensache ist, zumindest bis zum bestimmten Alter. Ja, faktisch so. Ja, ich rede nicht über, wie es sein soll, ich rede über faktisch, wie machen wir es derzeit. Und da ist es so, ein Großteil der Kinderarbeit hängt an den Frauen. Und weil wir eine kinderfeindliche Gesellschaft sind, sind wir auch eine frauenfeindliche Gesellschaft. Also das ist ein großer Teil davon, natürlich nicht alles. Und würden wir mit dem menschlichen Leben, also wirklich mit Menschen an sich, besser umgehen, ja, wenn wir das exakte Gegenteil von dem machen, was die Nazis so gemacht haben mit Kindern, dann wären wir auch eine Gesellschaft, die insgesamt mit Menschen besser umgeht, sind wir aber nicht. Wir haben uns nicht weiterentwickelt. Wir stecken, kann mich nur immer wiederholen, wir stecken in unserer Entwicklung fest. Und deswegen kriegen wir auch die immer gleichen politischen Themen. Das kommt wieder. Es kommt wieder und wieder und wieder. Und im Grunde kommt es nicht wieder, sondern es war nie weg. Ja, wir haben halt nicht die Dinge geändert, die wir hätten ändern müssen. Wir haben, wie gesagt, aus den katastrophalen Entwicklungen, die es schon gab, nicht die richtigen Schlüsse gezogen. Und interessante Impulse gibt es gerade in den 1950er Jahren. Also als diese Erfahrung, dass die Katastrophe doch frisch war, gab es Leute, die sich Gedanken gemacht haben, ganz, also relativ tiefgreifend, wie man das besser machen kann. Davon ist aber nichts in der Institutionalisierung gelandet. Das ist heute, was irgendwas zwischen irgendwelchen komischen Buchdeckeln oder auf komischen Internetseiten stecken geblieben ist. Aber das ist halt nicht Institutionalisierung. Institutionalisierung ist, wenn du anfängst, Schule ganz anders zu machen, Politik ganz anders zu machen, Unternehmertum ganz anders zu machen, Familien ganz andere Möglichkeiten zu geben, als sie derzeit haben und so weiter. Also wir hätten eigentlich alles auf den Prüfstand stellen müssen, haben wir aber nicht getan. Wir haben im Grunde weitergemacht wie bisher. Ja. Und ja. Und dann wundern wir uns über so viele psychisch kranke Erwachsene. Ich kann nur sagen, ich habe an dieser Front lange gearbeitet und tue es teilweise noch heute. Dann hast du diese Menschen vor dir, erwachsene Menschen, die du im Grunde ganz einfache Fragen stellst zu sich selber, also im Sinne von, was sie wollen, was sie nicht wollen und die diese Fragen nicht mehr beantworten können. Warum? Weil sie den Bezug zu sich selber völlig verloren haben. Und das ist aber nicht ihre Schuld. Weil Menschen, denen ihre eigenen Impulse konsequent nicht gespiegelt wurden, ja, nicht mehr wissen können, was sie eigentlich wirklich wollen oder brauchen. Das ist halt ein Resultat, ja. Am Ende hast du Menschen, die nichts mehr mit sich selber anfangen können und auch nichts mit anderen Menschen anfangen können. Stattdessen folgen sie dann irgendwelchen Ideologien, weil sie dann das ersetzen müssen, ja. Also, noch härter gesagt, alle Menschen kommen zumindest mit der Grundanlage eines inneren Kompass auf die Welt, der halt bespielt und befüllt werden will, damit man später, wenn man erwachsen ist, diesen Kompass hat. Wir gehen aber mit kleinen Menschenwesen so um, als hätten sie sozusagen gar keine Anlage zu diesem Kompass, sonst müssten ihnen von außen eintrichtern, was richtig und falsch ist. Wenn du so mit Menschen umgehst, kriegst du eben autoritäre Persönlichkeiten, ja. Und was also sozusagen der richtige Weg wäre, und mir ist völlig bewusst, dass das auch wieder wie eine Ideologie rüberkommt, aus meiner Sicht ist es dann einfach, wie wir Menschen funktionieren, ist, du musst diesen Weg mit den Kindern gehen. Ja, du musst mit kleinen Menschen diesen Weg gehen, das ist ein harter Weg, auch für dich selber, mit Gefühlen und Bedürfnissen, die da sind, umzugehen, die überhaupt zu erkennen. Das müssen wir oft erst lernen. Wir stehen ja erstmal vor einem Kind, das ja auch nichts sagen kann erstmal und wissen nicht, was es will. Worum geht's? Und dann geht's um eine sehr behutsame und experimentelle Form, es rauszufinden, worum es geht, ja. In der Regel, wenn ein Kind schreit oder wenn ein Kind wütend ist oder ängstlich ist oder so, gibt's Gründe. Und diese Gründe, die Aufgabe ist, das ja auch ein Stück weit zu erkennen und das rauszufinden, statt zu sagen, es ist bestimmt X, ja, und dann so drüber zu hudern, ja, das ist dem Menschen nicht angemessen, ja. Um das aber tun zu können, brauchst du noch gewisse Restressourcen, du brauchst eine gewisse Grundruhe, eine Grundgelassenheit, du brauchst Zeit, du brauchst Nerven, du musst nicht ständig auf Sprung zum nächsten Termin sein, du hast nicht ständig dafür sorgen müssen, dass es alles funktioniert, ja. Wenn du in diesem Modus bist, dann hast du halt eine militärische Organisation, die halt kleine Menschenwesen in diese militärische Maschine einbauen will, ja. Du wirst ja keine Menschen, du willst halt Rädchen in der Maschine. Und diese Rädchen in der Maschine wollen wir immer noch herstellen, damit der Laden läuft, ja, damit die Dinge funktionieren. Ja, das alles kann man machen, aber dann kriegt man kaputte Menschen. Und das ist das, was wir tun. Wir reproduzieren, bringen kaputte Menschen hervor, ja. Die also nicht mehr wissen, wo oben und unten, wo links und rechts und vorne und hinten ist, bei ihnen selber, ja. Die auch Verhalten von anderen, ihren Mitmenschen, beständig falsch interpretieren, weil sie sozusagen diese Impulse in sich nicht erkennen können und auch in anderen nicht erkennen können, weil das halt alles unterentwickelt und abgespalten ist oder nie irgendwie Namen bekommen hat im Miteinander umgehen, ja. Also, es gibt also zum Beispiel Menschen, die haben Angst, die wissen nicht, dass sie Angst haben. Es gibt Menschen, die sind wütend, die wissen nicht, dass sie wütend sind, weil sie dieses Gefühl sich selber gar nicht zuordnen können. Es gibt Menschen, die sind zu Tode traurig, die wissen nicht, dass sie traurig sind. Das gibt's alles, ja. Und ich möchte behaupten, das ist kein Ausnahmefall, das ist der Regelfall in unserer Gesellschaft. Wir haben lauter kaputte Erwachsene, nicht eingeschlossen, ja. Und daraus kommen wir nur gemeinsam. Das ist halt eine der vielen Dinge, die wir echt nur gemeinsam fixen können und nicht als einzelnes Individuum, ja. Also, lange, lange Rede, kurzer Sinn. Menschen brauchen angemessene Gefühlsspiegelung durch andere Mitmenschen, wenn wir kleine Menschenwesen sind, vor allem durch große Menschenwesen, die uns zeigen können, welches Gefühl wir gerade haben und wie man das unter Menschen so nennt und wie man damit auch umgehen kann. Und dazu müssen halt diese größeren Menschen, sogenannte Erwachsene, das auch bei sich selber können. Können aber die meisten nicht, ja. Und deswegen haben wir abstrakte Vorstellungen davon, was man machen muss, ja. So ist richtig, so ist falsch, ja. Und jetzt bring ich es dir bei, mein Kind. Ja, kann man machen. Aber dann werden wir halt viele, viele Probleme immer wieder bekommen oder nicht ungelöst machen. Und wir werden vor allem lauter Menschen brauchen, die im Grunde so therapiebedürftig sind, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass wir so viele Therapeuten stellen können, dass wir dem irgendwie Herr werden können. Also, harte Ansage ist auch, Therapie kann deswegen nicht die Lösung sein, so gut Therapien sind. Ich will jetzt gar nicht sagen, gegen Therapie im Grunde, ja. So soll ich nur sagen, da gibt es Grenzen, was man therapeutisch bearbeiten kann. Besser wäre es, gar nicht diese Menschen erst entstehen zu lassen, die dann Therapie brauchen, ja. Und es mag wirklich zum Beispiel auch, wie soll man sagen, Schädigungen geben, ja. Die also nicht aus der sozialen Interaktion geben, die gibt es durchaus auch, wo auch Therapie ein Mittel der Wahl sein kann, ja. Also Leute, die also nicht einfach von ständiger Schlechtbehandlung beschädigt sind, sondern durch andere Dinge. Das mag es, aber das ist die kleinste Zahl an den Leuten, die heute therapiebedürftig sind. Die meisten Menschen sind deswegen therapiebedürftig, weil einfach beschissen mit ihnen umgegangen wurde. Nicht menschengemäß, nicht menschensachgemäß mit ihnen umgegangen sind. Und das Resultat sind, dass sie kaputt sind, ja. Kaputt gegangen sind. Und jetzt versucht man da irgendwie im therapeutischen Reparaturbetrieb das wieder dagegen zu arbeiten. Ja, kann man machen. Schlauer wäre es, die Menschen gar nicht erst kaputt zu machen. Ja, machen wir aber nicht. Wir machen weiter Schule, ja. Mit Lehrplänen. Und Menschen, die dann funktionieren sollen. Jo. Das sind dann Menschen in der Regel, die wissen dann irgendwann, weil ihnen so viel gesagt wurde, wofür sie sich zu interessieren hätten. Und wie unwichtig das sei, wofür sie sich real interessieren. Und das wurde ihnen konsequent über viele, viele Jahre, die prägende Jahre ihres Lebens, konsequent von zahlreichen erwachsenen Menschen gespiegelt. Also wie beschissen, wie, ähm, wie unpassend ihre eigenen Impulse seien, die von ihnen selbst ausgehen. Und wie wichtig es sei, was jetzt ihnen gerade gesagt wird, was sie zu interessieren habe. Dass am Ende nur Menschen rauskommen können, die, ja, die suchen halt ihr Leben lang nach Orientierung, können keine mehr finden. Die greifen ins Leere, weil da ist nichts mehr. Alles, was da hätte sein können, ist nie entstanden. Ja. Und, ja, ab und zu ganz selten trifft man Menschen, die noch halbwegs intakt sind. Und das zeichnet sich dann immer dadurch aus, dass sie einen inneren Kompass haben. Ja, die können dir sagen, mag ich, mag ich nicht. Tut mir gut, tut mir nicht gut. Habe ich ausprobiert. Oder die sind meistens auch sehr offen für Dinge ausprobieren, weil sie so ein grundgefestigtes, ja, also gut genährtes, ja, weil sie nicht Selbstgefühl haben. Und von dem aus ist es relativ unriskant, sich auf neue Dinge einzulassen. Ja, die sind offen und dann sind sie aber auch offen zu sagen, nee, ist nicht meins. Habe ich jetzt ausprobiert, schmeckt mir nicht, passt mir nicht, ist nicht meins, passt, kann schön für dich, dass dir das passt. Gut. Menschen sind verschieden, alles gut. Menschen finden verschieden gut, Menschen geht es mit verschiedenem gut und mit verschiedenem nicht gut. Ist halt meins. Das ist dann immer auf der Ebene Selbstoffenbarung, ja, auf der Devise, du musst das nicht teilen, sondern ich bin halt so und andere sind anders. Ja, die sind dann entspannt. Die haben auch nicht dieses Thema so, ähm, weil du es gut findest, muss ich es auch gut finden. Weil du es kacke findest, muss ich, also die sind auch relativ immun gegen diese ganz unguten Formen von Gruppendynamik oder Groupthink. Ja, weitestgehend, weil, ja, die wissen, wer sie sind. Ja. Und das Gegenteil sind autoritäre Persönlichkeiten. Denen muss man sagen, was richtig und falsch ist und die verlangen auch danach. Ja, die wollen, wollen letztlich Diktatoren, auf die sie dann am Ende aber sauer sein wollen, ja, aber die haben dann die Verantwortung für ihr Leben, ja. Und ja, das will ein gesunder Mensch gar nicht. Kein gesunder Mensch möchte einen Diktator über sich haben, ja, der noch halbwegs intakt ist. Aber kaputte Menschen, die wollen das, ja, weil es eine bequeme, bequeme Situation ist erst mal, ja. Aber gut, so meine sehr beschränkten Einsichten, alles, ja, küchenpsychologisch zusammengereimt, ja, laienhafte Vulgärpsychologie wird hier verkauft, nicht mehr, nicht weniger, ich bin nicht vorm Fach. Ich habe nur meine Erfahrungen gemacht und dann sehr merkwürdige Schlüsse daraus gezogen. Und ich will sagen, wenn wir da weiterkommen wollen, müssen wir über Institutionen reden, über die Form unserer Institutionen. Und ich bin weiter dabei zu sagen, ein guter Einstieg in also eine beständige Reformtätigkeit, eine letztlich niemals endende Reformtätigkeit von uns allen, wäre die Umstellung unseres politischen Systems auf eine Losdemokratie, auf eine aleatorische Demokratie, auf eine Demokratie, die als ihr zentrales Verfahren demokratisch geloste Versammlungen sieht von uns als Bürgerinnen und Bürger, den wir gemeinsam Verantwortung für unsere Gesellschaft übernehmen, gemeinsam Verantwortung für die Form unserer Gesetze übernehmen, gemeinsam Verantwortung für die Form unserer gesellschaftlichen Prozesse und Verfahren übernehmen und die auch beständig eben überarbeiten, das heißt reformieren, ja. Und wir also ein Teil unseres Lebens beständig damit befasst sind, Gesellschaft zu bearbeiten, also die Gesellschaft selbst zu bearbeiten, das heißt die gesellschaftlichen Institutionen anzupassen, weil sie müssen nämlich beständig angepasst werden. Institutionen, die gestern noch sehr passend waren, können schon heute hochgradig unpassend sein. Da muss man fragen, wer soll denn diese Veränderungen vornehmen? Und da gibt es nur eigentlich aus meiner Sicht nur eine richtig gute Antwort drauf, nämlich wir alle. Deswegen braucht es Demokratie. Und Demokratie ist also eine ideale Blockade gegen die Entstehung von Autoritarismus, aber da muss man halt wirklich Demokratie machen und nicht Schwundformen davon oder Wunschdenken oder ganz merkwürdige Begriffe von Demokratie haben, die letztlich die allermeisten faktisch in politischer Passivität ertrinken lässt, weil gar nicht vorgesehen ist, dass so viele Menschen aktiv sein können mit den Institutionen, die wir derzeit benutzen in der Politik. Können immer nur ganz wenige Menschen Politik machen. Ja, dann hast du halt eine Bevölkerung aus politisch passiven, wenn nicht politisch desinteressierten Wesen. Und wenn das unsere Vorstellung ist, kann ich sagen, da ist dann schon klar, was am Ende passiert, was da nur rauskommen kann. Aber das sind wie gesagt meine begrenzten Sichtweisen auf die Dinge. So, also, nochmal der Versuch, das zusammenzufassen. Ich versuche nochmal, dieses Video zu schließen, es will mir nicht so recht gelingen. Autoritarismus war nie weg, er ist immer noch da. Wir hatten ihn nie überwunden. Er kehrt nicht zurück, wir haben ihn nur nie überwunden. Wir sind einfach autoritär geblieben. Und das ist eben das Gleiche, was ich in anderen Videos sage, wir leben immer noch in mittelalterlichen Gesellschaften. Wir haben das Mittelalter nie hinter uns gelassen. Wir haben uns eine schöne Geschichte darüber erzählt, dass wir bereits in der Moderne oder in der Neuzeit leben würden. Wenn man aber sehr nüchtern hinschaut, was wir so im Alltag tun und wie Gesellschaft faktisch organisiert ist und strukturiert ist, leben wir immer noch im Mittelalter. Eine Überwindung unserer mittelalterlichen autoritären Verhältnisse wäre die Umstellung auf eine Losdemokratie gewesen. Die haben wir aber nie vorgenommen. Die allgemeine Politisierung. Dass alle die Gesellschaft aktiv formen und nicht ein paar wenige, an die wir das abdelegieren. Egal wie wir das tun. Dieses Abdelegieren ist einfach ein Übel und kollektive Verantwortungsübernahme für unsere Gesellschaft über demokratisch geloste Verfahren wäre das, was uns hilft, nicht immer wieder neu in Autoritarismus zu landen, beziehungsweise unseren bereits vorhandenen Autoritarismus konsequent in die Zukunft zu institutionalisieren, zu reproduzieren, immer wieder neu sicherzustellen, dass auch die nächste Generation wieder autoritär erzogen worden ist und in der Folge merkwürdige psychische Auffälligkeiten entwickelt, die uns aber eben gerade deswegen nicht auffallen, weil sie so allgemein sind. In einer Gesellschaft von lauter psychisch Kranken fällst du nicht mehr auf, wenn du psychisch krank bist, sondern das gilt als normal. Wenn du nicht weißt, was du mit deinem Leben anfangen sollst, giltst du als normal, weil alle um dich herum können es auch nicht. So, wie gesagt, das sind meine, mal keine ganz persönlichen, privaten Sichtweisen. Niemand muss die teilen, aber das ist der Reim, den ich mir, ein Teil des Reims, den ich mir auf die heutige Gesellschaft mache und natürlich auch auf mich selbst. Für mich selbst ist das wahnsinnig entlastend. Ursprünglich war es das nicht. Also ich kann auch das nur immer wieder erzählen. Als ich so ins Erwachsenenleben gestartet bin, hatte ich die irrige Ansicht, dass ich ziemlich verkorkst bin, aber die Menschen um mich herum alle einigermaßen in Ordnung sind. Also ich bin in das Leben gestartet mit einer, die anderen sind okay, ich bin nicht okay, Haltung. Und es war für mich erstmal ein ziemlich harter Schlag, als ich begriffen habe, das war ein langer Prozess, dass die anderen auch nicht okay sind. Also ich bin jetzt, der Fortschritt war von, ich bin nicht okay und die anderen sind aber okay und dann wollte ich eben an mir arbeiten, damit ich auch einigermaßen im Rahmen meiner begrenzten Möglichkeiten okay werde. Ich habe also sehr früh zum Beispiel eine Therapie angefangen auf eigenen Antrieb, mit 19 oder so habe ich meine erste Therapie gemacht, weil ich eben an mir arbeiten wollte. Und es war ein harter Schlag zu realisieren, dass dieses Projekt nicht möglich ist, weil die Menschen um mich herum teilweise größere Probleme hatten als ich. Und ich hatte große Probleme. Also ich war nicht, das war nicht ein Film von mir, ich hatte große Probleme. Und dann merkte ich aber, dass die meisten Erwachsenen um mich herum ähnlich große Probleme oder teilweise noch größere Probleme hatten. Das war ein harter Schlag, weil damit war mein Plan, ich arbeite jetzt an mir und dann integriere ich mich in die Gesellschaft, wenn ich aufgehen würde. Und da bin ich jetzt und mit der Frage und eben auch ein paar Antworten, wie kann eine kollektiv verrückte Gesellschaft ihren kollektiven Verrücktheit überwinden? Wie können wir gemeinsam, obwohl wir alle angeschlagen sind und beschädigt sind, gemeinsam es hinkriegen, dass die kommenden Generationen etwas besser drauf sind, als wir es selber heute sind? Und dazu habe ich Ideen und Vorschläge. Und ich möchte behaupten, diese Vorschläge sind systemischer Art oder eben nicht individueller oder ethischer Art. Das ist ein großer, großer wichtiger Unterschied, zumindest für mich. So, jetzt mache ich aber wirklich einen Punkt, weil besser wird es jetzt auch nicht mehr, wenn ich weiter schwafel. Ceterum zensio, isonomiam esse sortiendam. Im Übrigen erkenne ich die Tatsache an, dass die Isonomie, die Politi, die Demokratie gelost werden muss.